ja was ist das denn für ein bild das kommt mir so bekannt vor ah ich bin gesprungen walter mann ich wurde blockiert jetzt sind wir wieder hoch dass da alle dran vorbeigeheißen was alter ich hab dir nicht richtig gekriegt jiru ishikawa das schreibe ich mir gleich mal auf ich habe das ist doch das ist ein gängiger dame in japan ich nehme mich tachikoma oh hui aua Boah, ich hab die fast auch so weggekickt. Nein! Diese scheiß Kante! Ah! Stimmt ja, da war ja immer dieses Kantenproblem. Chiro! Boah, was zu... What's the fuck? Sauber. Sauber, Hähnchen. Oh, der war gut. Oh, Alter, gut reagiert. Alter. Klick, klick, äh, über die, diese Puck-Geräusche. Ja. 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 Hahahaha Richtig aber gut weggekickt Alter NEIN Ah dieses Sprengkomplex ne? Also Reflex der ist wirklich Boah was für ein Tier der Typ alter Oh schade der hat er nicht mehr gekriegt Boah Ah wieder falsch erwischt Das ist echt schwierig mit einem Puck Wenn man die ganze Zeit mit dem Ball spielt Und das bei Rumble Boah shit Alter Ja ja Oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott Alter ich hab gar nicht mehr den Puck gesehen Ich hab ihn da auch nicht Oh Hitche Boah Nice Ist sauber Ich hab ihn Alter Boats Real sauber Zu leicht Ja Ja Hahaha Der Bot Ja Die Felgen sehen echt geil aus Aua Das er auch immer nachsetzen muss Boah Ah schade wäre der nicht gewesen Boah shit Boah Hä warum entschuldigt ihr sich das war doch gut Ähm 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 Ja Das wäre bei einer reichen Wenn da keiner wäre Oh Alter Das war gut Das war gut Alter du hast mir voll den Schub gegeben Bats Äh da sieht man das aber nicht so Alter du hast mir voll den Schub gegeben Auf einmal war ich auf Höfsgeschwindigkeit Auf einmal war ich auf Höfsgeschwindigkeit War geil Zumindest diese Explosionsgeschwindigkeit Oh Alter Oh Alter Alter was ist denn los Ja Einmal Profi wie immer Profi Alter alle drei von denen waren da Und unser Teamkollege hat den gekriegt nicht schlecht Ja der ist echt gut Ja der ist echt gut Gio Ichikawa Ah scheiße Oh was Das war gar nicht mal so schlecht Das war schlecht Ja der hab ich auf mich aufgeklickt Ja der ist halt vor mir Ja der ist halt vor mir Ja der habe ich auf mich aufgeklickt Oh was Das war geil Oh schade Boah der ist doch voll vorbeigeflitscht gegen mir Da war meine Kufen zu sehr gefettete Alter wie hab ich den auf den Kopf gekriegt Sauber So Einmal ganz kurz So einmal ganz kurz Ich bin der zocker bastian Und ich zocke ganz gern Ich bin der zocker bastian Und ich zocke ganz gern Oh Gott ein 3er Team Die machen wir fertig Ja ja Legende Meister Experte Die machen wir fertig Alter das wäre so geil wenn wir die fertig Machen würdet Boah Ich stand auf dem Puck Oh die Ich glaub die wissen Ja Ne Die wissen Bescheid hab ich's gefreut Oh ne doch ne Die machen wir fertig Da sind die schon draus Hahahaha 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 What the fuck Die haben sich selbst vernichtet Oh man Alter wie kann man nur so dämlich sein Wenigstens bleibt der eine drin Noch Jetzt ist er auch raus Ja jetzt ist er auch raus Wie kann man nur so dämlich sein Legende am Arsch Schö Alter das ist peinlich Leute Und ihr seid Deutsche wenn ihr das seht Ihr seid peinlich Hahahaha Ihr seid richtig peinlich Spielt wieder Call of Duty Anstatt äh Uns hier auf die Eier zu gehen Mit euren scheiß Geliebe Mann Hahahaha Herrlich Ein Tor Das Spiel hat grad mal angefangen Alter sieht das geil aus So ein Silber Alter ich seh ich Ich blick unter den Rasen Was ist das denn für ne Scheiße Haben wir jetzt tatsächlich diesen Bug jetzt auch in den normalen Maps eingebaut So ne Scheiße ey So ne Scheiße ey Ausgerechnet solche Bugs äh hauen sie jetzt in allen Alle Maps hauen Du bist noch da? Ja ja Du bist so still Ah Dreierteam 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 Ne zweierteam Mongo da der Patrol Hahahaha Määh Na ja heute für meine kamera durch mit dem anderen kamera ist auch jemand geflogen da müsste ich auf jeden fall ein blauer schade wer da nicht da gewesen wäre dann wird er sehr gut nach vorne falsch gelandet und er schreibt er hat wohl gewusst dass es sehr gefährlich von mir war auf jeden fall hat das wieder gut gemacht was ich habe ich habe ein quetscher hingelegt war das nicht sogar so dass wir uns eine zeit lang darauf geeinigt hatten dass ich diesen quetscher nicht mehr machen kann sein weil ich den weil ich den sogar im richtig ich glaube machen und der zeit wo wir seit hier du immer erst da war es beim sprint das ich halt durch so ein sprich durch so einen sprung ich diesen quetscher machen ja der war der war richtig scheiße ja da konnte ich nämlich irgendwie wenn ich so richtig gesprungen bin irgendwie so mit der nase nehmen mit dem kopf auf dem und so den irgendwie so 200 km h dagegen fliegen lassen und zwar gezielt weil das halt so anstrengend war nein was wir waren da noch dazwischen ich war auch noch da irgendwie aber ich habe eine glanz gerade bekommen das war zu spät von mir das war zu spät von mir vor allem wärst du nicht da gewesen hätte ich den rausgekriegt naja gut ich hätte ihn eigentlich perfekt rausgekriegt aber der ist leider irgendwie genau an der kante reingedreht schade oder es gibt heute das oder ist krass oder ist krass krass der directions wo und den hätte ich rein gemacht der hat doch alter ich glaube der hat das neue alter 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 niemand hat das neue auto denke ich weil wir haben schon so oft gespielt und immer und immer noch keiner hat das auto also deswegen denke ich das ist noch niemand hat doch der das ist ja das nee das ist der wasser der das ist der das ist der 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 andere ist der wasser ja der hat die typischen rückleuchten wo die sind auf jeden fall ziemlich gut gut ja ich lebe das habe ich irgendwie vermisste sie quetschen ja nein 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 nicht gut nicht gut nicht gut nicht schon wieder durch wie ich wieso habt ihr alle den ich gekriegt weil das ist das hat mich voll irritiert war wieder eine parade retter bin ich jetzt schade genau auf den typen alter kriegen wir mal ein tor fast weil ich scheint ziemlich gut also die sonst naja die sind sehr gut merkt man auch wie die sich wie die spielen immer von der seite ich finde so wie jetzt ein bild von dem typen ach so dass er dann alle bilder werde ich damit sagen ich bin schlecht der mann der heiß hat zwar nichts gemacht aber egal ich kann hier mein spiel nicht aufbauen die sind echt gut in der verteidigung das war damals alles noch nicht denkbar da konnten wir noch nicht so fliegen als wir das noch gespielt haben und du hast es mittlerweile eine viel besser drauf als ich trotz gamepad oh das war zu stark scheiße das war nicht so was ich leider zu schütten sie sind einfach ziemlich gute ja oh ich hab noch parade gekriegen ne siehst du das ist nicht das neue ich sag dir den gibt es noch nicht den hat noch keiner auf der welt ja das ist jetzt noch gar nicht gesehen wieso fängst du seit most nur mal bereit zu klicken oh hab ich nicht drauf geklickt yeah das war keine echte naja gleich mal bei o-game gucken nach dem spiel naja gleich mal bei o-game gucken nach dem spiel ja ich hab gerade alles offen da stehen das hab ich ständig muss nachschauften alter wie bin ich denn gesprungen doch schade oh scheiße flying noob naja besser als flying noob naja besser als flying noob alter ja der hat gut der hat gut abgewehrt also der stand die ganze zeit perfekt die sind echt gut aber es gibt halt welche die via seit lunders spielen ne ja ja ich kann mir vorstellen dass die zumindest ähm das häufiger spielen ja wah wah mist wah sorry schade was habe ich denn da gemacht alter schade ich wollte einen quetscher machen dieser alter alter ob es dieses jahr wieder silvester zeugs gibt keine ahnung warte doch mal bei den leuten nach ein feuerwerk hier exklusion gibt es ja wir haben dir das hast du den hast du mir so schön gespielt geil eine ungewohnte aber gute vorlage aber hauptsache drin die pisse oh alter vielen dank für die schneeflocken ja na na oh alter ja das war scheiße bongi oh das war ganz scheiße ja das war aber wiederum gut hast du das? ja ja parade ich komm ich komm ich komm ich komm oh schade ja ja die haben gut verteilt ich wieder unfassbar oh der war gut das war perfekt ja ja eh der hat den Wollpulli an also der auch eh wie können die nur das war das war oh oh ach 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 sauber gemacht alter ich bin geplatzt die machen das definitiv öfter ja also die spielen hauptsächlich hockey ja da platz ich jetzt patz hehehe hehehe nice sick game hehehe wow what the fuck iiiiiiii wie kommt der denn zurück alter vielleicht weil du gut geblockt hast oder so so es war kack ja genau und das war unfair Remi was hast du da gemacht oh eingeloggt und los man hat wohl gehofft dass er Hämorrhiden zwischendurch kriegt Remi, 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 Remi it's too feeling wut oh 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 ah schade oh schade das war wieder kacke das sind verlängerte ah ja schade ja hätten wir auch nicht schaffen können trotzdem der hast du sauber verlängert ja ich hätte meinen Hecken noch ein bisschen anheben müssen alter boah da war noch eine Tröte mit bei ich sag dir was ist denn nun los boah hopp ah alter der kam um der kam unerwartet ich hätte nie gedacht dass der noch durchkommt ach die haben alle Wollpulli an die sind ekel ah ne der nicht naja und bis zur nächsten Folge tschüss tschüss tschüss